Ich gehe heute Nägel machen. Das wurde aber auch mal Zeit. Aber erst mal musste ich mir überlegen, was für Nägel ich überhaupt haben möchte. So sollte das Ganze aussehen. Und dann ging es auch schon los. Ich weiß nicht, ob der Freund keine Lust hatte. Aber er hat mich so viel verletzt. Mein kleiner Finger ist komplett blutig. Das zeige ich euch am Ende. Und ich habe mich mal an eine neue Form gewagt. So sah das Ganze dann aus. Etwas spitzer. Die Farbe hat er nicht ganz hinbekommen, wie ich es wollte. Und hier seht ihr auch nochmal, wie er mich verletzt hat. Das tut richtig weh, Leute. In dieses Nagelschule werde ich auf jeden Fall nicht mehr gehen. Wie gefallen euch die Nägel?